Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Piran und wie ihr sehen könnt, geht es heute um Descaluda, den nächsten Guardian Raid. Descaluda relativ easy. Also da gibt es nicht viel zu sagen. Es gibt ein Major-Gimmick, was sehr, sehr nice ist. Also ein Haupt-Effekt in dem Raid, was sehr, sehr cool ist. Ihr könnt euch heilen in dem Raid. Ihr braucht normalerweise keine Pots. Sobald er zerstört wird, er hat eine bestimmte Zerstörungsphase. Sobald er zerstört wird, kriegt ihr einen Buff, womit ihr euch heilt. Sehr, sehr nice. Ansonsten, ich habe jetzt extra die Ulti gemacht. Der Char ist 1580, der Raid ist ab 1415. Ihr solltet den nicht solo machen. Ihr könnt den solo machen, solltet ihr aber nicht. Die Teams sind, also der wird immer noch gelaufen. Den laufen sehr, sehr viele, weil das der einfachste Raid ist. Also ihr haut den runter, Counter, funktioniert nicht, weil ich ein Idiot bin. Ich treffe den Counter ganz, ganz oft nicht. Hier ist nichts Besonderes. Also ihr wirklich, ihr verhaut den einfach, ja. Kontinuierlich, der Fight dauert auch nicht lang. Wir schauen mal ganz kurz. Haben wir einen, Counter sind sehr, sehr wichtig. Er macht nichts Krasses, er schreit einmal, damit bufft er sich so ein bisschen, ja. Er weicht den Attacken aus. Fliegt hier durch die Gegend, so wie ich. Er macht die Attacke zweimal. Das ist nichts Besonderes, ja. Er hat immer einen Safe-Spot. Ganz, ganz easy, ganz, ganz easy. Also er ist mit einer der einfachsten, ähm, Guardians, die es gibt. Deswegen auch einer der beliebtesten Guardians. Ich finde den vom Design her absolut nice. Alleine, weil er schon grün ist, ja. Es gibt, das ist einer der Major, Major Gimmings, also einer der Hauptsachen, die er macht. Ihr müsst überlegen, ihr seid zu viert hier, ja. Und ihr habt diese Zeichen. Zwei Stück von euch haben diese Zeichen. Ihr könnt hier nicht raus, weil das euch reinnockt. Außer ihr habt bestimmte Push-Immunity-Dash-Skills. Dann könnt ihr rausgehen. Ansonsten habt ihr dieses Kreuz und irgendeiner kriegt Aggro und kriegt so eine rote Fläche, ja. Das, was ihr macht, ist, ihr stellt euch an den Rand irgendwie nach unten. Sodass die Leute oben eine Fläche haben, wo es frei ist und nicht getroffen werden, ja. Ich bewege mich einfach so ein bisschen. Wenn ich Solo bin, jetzt lege ich eine rote Fläche hier oben ab und gehe rechts runter. Ja, einer kriegt die Aggro für die rote Fläche fertig. Das macht aber nicht viel Schaden, ja. Super easy. Jetzt warte ich darauf, dass er in die Destruction-Phase geht. Äh, Counter will er nicht geschafft, weil ich ein Idiot bin. Man kann den meist zweimal counteren, manchmal hat er nur einen Counter. Das hier ist noch wichtig. Er lädt so auf und hat so ganz viele, entweder grüne Sachen und ein blaues. Blau ist immer safe. Oder er hat ganz viele blaue Sachen und ein grünes. Dann ist blau hier unten safe, ja. Und dann seid immer da, wo blau ist, ist safe. Relativ easy. Weil er schießt immer mit grün. Ja, ganz easy. So, jetzt gleich schreit er und bekommt eine Rüstung. Das hört er auch an dem Sound. Counter. Wenn ich ihn jetzt gecountert habe. Ich will ihn halt nicht töten, deswegen mache ich nicht so viele Attacken. Ich habe halt Angst, dass ich ihn töte, so. Ich renne so ein bisschen durch die Gegend. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich hau den immer so. Also es ist super schwer, das zu triggern, ja. Ich weiß halt nicht, wie viel HP der hat. Deswegen, keine Ahnung. Könnte mit jedem nächsten Hit, könnte es tot sein. Oh, die Attacke ist auch noch wichtig. Er lässt so Federn fallen, diese Federn platzen, ja. Geht weg von den Federn. Die platzen und nocken euch hoch. Machen relativ viel Schaden. So. Hau den jetzt noch einmal und dann müsste er in Phase gehen. Genau. Er schreit. Und ihr hört diesen Sound, ja. Ihr seht das leuchten und so weiter und so fort. Ab jetzt kann er zerstört werden. Und wenn ihr ihn zerstört, in der Phase, ja. Ich werfe, ich habe jetzt eine Fero geworfen, weil ich ein Idiot bin. Ich habe ihn nicht gecountert, weil ich ein Idiot bin. So, wir zerstören ihn. Ja, ich habe eine Bombe geworfen, einen Skill gemacht, habe ihn zerstört. Dann gibt es zwei Buffs. Der eine Buff gibt euch Crit Rate. Ja, und der andere Buff, also der eine Buff gibt euch 25% mehr Crit Rate, ja. Und der andere Buff gibt euch, äh, HP Regeneration, ja. Äh, die, ähm, die regenerative Stärke, äh, ist es überhaupt, also aus dem, aus dem Schwanz zu nehmen, wurde, wurde absorbiert, ja. Und der regeneriert jetzt in einem Intervall HP. Was sehr, sehr nice ist. Also wir heilen uns in einem bestimmten Intervall, ja. Easy. So. Und dann könnt ihr ihn töten. Er müsste so gut wie tot sein, ja. Das war's. Also zerstören, dann kriegt ihr einen, äh, HP Regenerations Buff und ihr bekommt einen, ähm, Crit Rate Buff, ja. Und, das war's. Mehr ist da nicht. Also super, super einfacher Boss, macht super viel Spaß. Ja, gerade wenn ihr im Early Game seid, sehr, sehr geil. Sehr, sehr easy, super einfach, äh, Materialien zu farm. Ähm, leider für 1415. Das heißt, man braucht den eigentlich nicht mehr, ja. Aber für die Leute, die kleine Guardians farmen wollen, alleine farmen wollen, absolut fein, absolut fein. Ich hoffe, ich konnte euch hier mithelfen. Ich wünsche euch einen absolut fantastischen Tag. Wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bruce Gäller